Ein italienischer Maschenanschlag ist eine tolle Sache, weil er zum einen super elastisch ist, also perfekt für Bündchen, die sich stark dehnen sollen und weil er einfach sehr sauber, sehr professionell aussieht. An beiden Seiten nahezu identisch, wie industriell gefertigt, also sehr hochwertig, sehr gleichmäßig. Dabei ist der Anschlag als solches fast nicht sichtbar. Die Kante ist rund und es entsteht der Eindruck, dass die Maschen direkt aus dem Gestrick hervorgehen. Es lohnt sich, das also mal auszuprobieren und ich hatte in einem Video gezeigt, wie man italienisch anschlägt ohne Hilfsfaden und abwechselnd rechte und linke Maschen aufnimmt. Wem das zu kompliziert ist oder wer es sich nicht merken kann, der kann auch ganz einfach mit Hilfsfaden arbeiten und zwar mit einem Hilfsfaden in Kontrastfarbe in Form einer Luftmaschenkette. Diese Luftmaschenkette ist die Basis, auf der der Anschlag begonnen wird und wird später aufgetrennt. Ist super einfach für ein 1x1 Rippenbündchen. Ihr nehmt eine Kontrastfarbe, häkelt eine Luftmaschenkette. Es ist gar nicht so entscheidend, in welcher Stärke und in welcher Anzahl. Einfach an beiden Enden 4, 5, 6 Maschen mehr als benötigt. Sagen wir zum Beispiel, ihr wollt 20 Maschen anschlagen, dann häkelt ihr 30 Maschen auf. So, das kommt nicht so genau drauf an. Hauptsache mehr Maschen als für euer Bündchen nötig sind. So, das soll jetzt hier mal gut sein. Der Faden kann ab. Ihr könnt das locker durchziehen, aber nicht stramm, weil es soll ja hinterher aufgetrennt werden. Ihr braucht die Hälfte der Maschen, die für das Strickstück benötigt werden, plus rechts und links etwas Zugabe von 4, 5, 6 Maschen. Aber das ist nicht so entscheidend. Hauptsache ihr habt in der Mitte der Luftmaschenkette die Hälfte der später anzuschlagenden Maschen. Sagen wir, euer Bündchen soll später aus 20 Maschen bestehen, dann braucht ihr hier 10 aufgehäkelte Luftmaschen. Dann nehmt ihr eine halbe Nadelstärke kleiner als das spätere Bündchen sein soll. Also meine Wolle wird mit 5 gestrickt und ich nehme deshalb hier eine 4,5. Nehmt das Originalgarn, kippt die Luftmaschenkette nach vorne, sodass ihr die hinteren Glieder seht und holt euch den Faden durch die hinteren Glieder der Luftmaschenkette nach vorne. Das ist wichtig, damit man die Luftmaschenkette später auftrennen kann. Jetzt wird abwechselnd eine Masche aufgenommen und ein Umschlag gemacht. War die erste Masche aufgenommen, ein Umschlag. Gehe wieder durch das hintere Glied, hole den Faden hervor, habe eine Masche aufgenommen, mache einen Umschlag. Eine Masche aufnehmen, ein Umschlag. Aufnehmen, ein Umschlag. Diese Weise nehmt ihr alle Maschen auf, die benötigt werden. Soll euer Bündchen also zum Beispiel 20 Maschen haben, nehmt ihr 10 Maschen auf plus 10 Umschläge, sodass dann letztendlich hier 20 Maschen liegen. Plus eine Masche mehr, also 21 Maschen. Das soll meine benötigte Maschenanzahl sein. Ich wende und jetzt kommen vier Vorbereitungsreihen. Beginnt die erste davon und die linken Maschen, was ich daran erkenne, dass es eine aufgefasste Masche ist, mit einem Bogen. Die hebe ich links ab, Faden vor der Nadel. Die rechten Maschen, also die Umschläge, stricke ich rechts ab. Also linke Maschen werden abgehoben, Faden vor der Arbeit, rechte Maschen werden rechts gestrickt, links wieder abgehoben. Rechts, links, rechts stricken, links abheben, über die gesamte Reihe. Und auch hier ist gut erkennbar, warum es ratsam ist, eine Nadel kleiner zu gehen. Bei den größeren Stärken reicht vielleicht eine halbe Nadelstärke, bei den dünnen Nadeln kann man ruhig eine ganze kleiner gehen, denn die Umschläge machen das Ganze sehr locker. Deshalb strickt man diese ersten Vorbereitungsreihen mit einer kleineren Nadel, als später dann beim Bündchen. So, kommt die zweite Vorbereitungsreihe. Hier habe ich jetzt keine Umschläge mehr, sondern schon richtig rechte Maschen. Die werden dann rechts gestrickt und die linken wieder links abgehoben. Rechte Maschen rechts stricken, linke Maschen links abheben, Faden vor der Arbeit oder vor der Nadel bedeutet ja das Gleiche. Rechts stricken, links abheben. In der zweiten Vorbereitungsreihe für den italienischen Anschlag und wenn die beendet ist, Handmasche rechts. Handmaschen könnt ihr stricken, wie ihr möchtet. Gebt die linke trotzdem links ab. Und die dritte Vorbereitungsreihe da im gleichen Schema ebenso wie die vierte auch. So, vierte Vorbereitungsreihe abgeschlossen. Ihr könnt auch noch ein, zwei Vorbereitungsreihen mehr machen. In der Regel reichen aber vier. Dann wird übergegangen zur richtigen Nadelstärke, in meinem Fall hier Nadelstärke 5. und der italienische Anschlag als solches ist beendet und es wird ganz normal im Bündchenmuster weiter gestrickt. Die Randmasche so, wie sie werden soll und die rechten Maschen rechts und die linken Maschen links stricken. Also nichts mehr abheben, sondern ganz normal im 1x1-Rippenmuster eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel stricken. Ist euer Bündchen lang genug, strickt ihr weiter im Grundmuster und könnt dann irgendwann zwischendrin oder am Ende der Strickarbeit eure Luftmaschenkette entfernen. Dafür löst ihr den Anfangsknoten und zieht die Luftmaschenkette auf. Masche für Masche ab und zu mal gegenziehen und übrig bleibt eine schöne runde Kante italienisch angeschlagen. Wenn ihr noch weitere Anschlagmöglichkeiten sehen möchtet, schaut in die Playlist vom Stricklexikon für Maschenanschläge und dann danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal. Tschö!